Hallo meine Lieben, ich nehme euch mit Freitag den 13. am Weg zu einem super coolen Portrait-Shooting mit Wiens Nummer 1 Fotograf Stefan Kokowitsch. Gefällt mir extrem, dass er so kurzfristig Zeit hat. Ich brauche nämlich coole Portraits von mir. Es kommt nämlich eine Wahnsinns-Coverstory von mir respektive von Abnehmen im Link heraus. Und da brauchen wir natürlich ein paar gescheite Fotos, wo ich nicht ausschaue wie der Quasimodo. Und deswegen nehme ich euch da hin mit. Es ist Freitag der 13. und ich muss ehrlich sagen, bisher läuft alles schief. Die Müllabfuhr ist bei uns gestanden, dann haben wir das wichtigste Accessoire für einen Mann vergessen, die Uhr. Dort war dann wieder die Müllabfuhr vor der Tür. Okay, jetzt haben wir ja zum Glück nur Stau, aber nichtsdestotrotz ist die Laune hoch, weil der Fotograf ist super. Ich werde jetzt ein bisschen hergerichtet werden und dann schauen wir einmal, wie ein richtiger Profis arbeitet. Ich bin der So, fertig mit dem Shooting mit dem Stefan Kokowitsch und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Erstens hat mir eine Laune gehoben und wie die Ergebnisse gesehen haben, war ich auch super zufrieden. Und das, was extremes Learning ist von dem Shooting mit dem Stefan, ist das ein richtiger Profi, scheiß nicht herum. Wie oft habe ich schon Shootings gemacht, die waren auf 3 Stunden angesetzt und es haben 3 Stunden gedauert und der Fotograf hat sich nicht aufhören getraut, weil die Leute glauben immer, man zahlt für die Stunden. Aber es ist nicht so, ich habe den Stefan Kokowitsch gebucht, der zugegebenermaßen ein stolzes Honorar gekriegt hat, damit wir 8 geile Fotos für einen Covershoot haben. Und er hat abgeliefert, wir waren nach 50 Minuten fertig, wir haben extrem geile Bilder, die werden wir euch einblenden. Also, ich bin für meine Verhältnisse sehr, sehr stolz und zufrieden mit dem Ergebnis vom Shooting. Und ja, weiter geht's, ich freue mich natürlich auch schon, wenn das im Magazin herauskommt und wenn ich es dann überhaupt publik machen kann. See you!